Da kommt er schon. Hamir, was machst du da? In einer weiteren Folge des Wiener Stadion Vlog. Jawohl, wie er gleich rein startet. Wir sind gerade beim Rapid Bus vorbeigefahren, zeigen wir euch. Natürlich auch einen Tag vorher da, ganz klar. Schauen wir, wo wir vorbeifahren. Geil Klagenfurt, oder? Super, nicht Fellach, sondern Klagenfurt. Danke. Ein echt cooles Start, die Polizei ist auch schon da. Na ja, rett um mich. Alles gut. Gut gescheit, oder? Aber, schau auf. Allein die Augenringe, die wir von gestern noch haben. Servus Leute. Grüß euch. Wir sind aus dem Motel, sind wir gerade. Wir bringen uns jetzt einmal Richtung Stad. Treffen dort den Rest der Gang. Der war dann großen Punkt, oder? Weißt das? Ja, wir haben noch keinen Tag lang gerufen an mich. Der ist so sicher. Ja. Den Klagenfurt, da ist das mal stressvoll. Daxipersäum, der Rezeptionistin. Super nett. Ja. Wo geht es jetzt hin überhaupt? Alter Platz, glaube ich, oder? Neuer Platz in die alte Stadt, oder so. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich rufe den Bernhard jetzt mal an. Nein, ich rufe den Kass, ich rufe den anderen. Wie ha-ha-hallo. Ich habe keine Nummer. Super. Pfarrjugendzentrum vorbei, wie es halt im Dorf so ist. Servus in die Runde, oder? Servus in die Runde. Servus in die Runde. Grüß euch. Grüß euch Burma. Und Mau und Mau. Und Mau. Also und Mau. Natürlich, und Mau natürlich, du sagst das. Wie lange gehen wir jetzt noch zum Stadion Bernhard? 16 Minuten. 16 Minuten. 16 Minuten. Circa. Ich bin gespannt. Schau, wir sind schon da. Vorbereitung, 13 Uhr. Ja, gönnen wir uns noch ein bisschen was. Das ist ja Mörderstimmung, tausend Leute. Super. Taugt sich. Stimmung ist ausgelassen. Geil. Cooler Stimmung. C.C. Anderson, sagst du, gell? C.C. Anderson, oder? Ja, ist geil. Stimmung soll passen. Kulinarischer Tipp heute vom Jakob und von René. Wie schmeckt's? Vom Restimbelstange immer so. Sagst du ja schon. Wollen wir den Pokal? Sicher. Sicher. Ich bin optimistisch. 1-0. Standard. Zvetkovic. 1-0. Zvetkovic. Zvetkovic, okay. 2-3, cool. 3-1. Der Pasche ist 3-1. 3-1. 3-1. Ist deppert. 3-1. Klassisches. 2-0 wird zur Seite für Rabie. 2-0. Kul und Fürkstaller, die holen uns den Pokal. Super, oder? Ja, die Stimmung ist schon da. Also die Leute singen schon. Sascha, gehst du mit der Chor? Was sagt Zieler? Was sagt Zieler? Nehm ich alles, was du sagst. Nehm ich alles, nehm ich alles. Nehm ich alles. Du, Sturm ist heuer so an Feiern. Der Lanse letztes Jahr. Es wird schwierig. Es wird schwierig. Und Sturm ist echt gut drauf. Also ganz ehrlich. Vor allem Optimismus. Aber... Es wird schwierig. Friseur absolut. Keine Werbung, nur eine persönliche Empfehlung von auch mir natürlich. Friseur absolut besuchen heute. Das ist ein zusätzlicher Lebens-Tipp heute. Weißt du? Das wäre absolut unsere besten Augenbrauen, sag ich euch. Danke für jeden Fall für eure Prediction. Danke. Mach es gut. Freut mich. Grüß. Super Start. Alles gut. Andi, Amir. Super cooler Typ. Grüß euch. Was sagt's? Auf was? Auf was? Du bist der Interviewer. Nein, ich bin nur der Kameramann. Danke. Die Vespa fährt noch ein bisschen lang, aber mittlerweile bin ich auch in Gagenfurt angekommen. Freut mich, dass ich euch sehe, dass ihr auch da eher... Sechs Stunden, ja? Sechs Stunden bist du schon? Wahnsinn. Freut mich, dass ihr auch auf das Match geht. Meine Prediction, was du mich vorher gefragt hast. Schmutziger 1-0-Sieg Marco Grün. Marco Grün, sagt er. Amir. 3-3. 3-3, sagt er. Nein, nie im Leben, aber Tore, Tore, Tore. Von den Toren lieben wir alle, aber es wird ein schmutziger 1-0. Mit deinem schmutzigen Handelfmeter in der 89. So wie jetzt. Das wäre super. Und dann explodiert der Block und ganz krank. Neh mich an. Passt. Ist okay. Aber du willst Match, wer recht hat, hat recht. Du schaust aus. Super. Also wer macht die Tore? Die Frage. Zweck für mich, ich werde eins machen. Da schließe ich mich an bei den Purschen von vorhin. Und Marco Grün wird es Match, wie der sich belohnen. Und das Zweite zu einem machen. Er wird das Entscheidende machen. Marco Grün. Ja, dieser Rauchgrün wird sich ja mindestens einmal treffen. Ja, der Sturm. Ja, der Sturm. Ja, der Sturm. Ja, der Sturm. Cool, gell? Der Sturm ist ja cool, oder? Cool, zwei Tore. Einmal Sturm, ja. Ich weiß nicht. Der Hitzer. Ich weiß nicht. Der Hitzer. Oder hart ist das nicht. Also, 2-2. Wie sollst du das? 2-2. 2-2. Hauptsache eine gute Partie. Ich will kein 0-0. Ganz ehrlich. Das ist Kappenagel. Die Stimmung ist Leimann. Jadifurt. War eine gute Partie, oder? Viele Tore, oder? Viele Tore, oder? Tore, Tore, Tore. Tore, Tore, Tore. Also, ab ins Stadion. Ab ins Stadion. Wo? Wo das schon gelohnt? Der Nächster. Wir haben uns dazu vermählen. Es müssen noch ein paar Lolo. Ein Kindheitsfreund von mir, Martin. Jetzt gerade getroffen. Wie lange wir uns im Zimmer sind. Gefühlt zehn Jahre. Wahrscheinlich sind sie mir. Wirklich aber. Es ist echt arg. Aber es freut mich echt dich zu sehen, Mann. Uwe Leimann. Uwe Leimann, dass du da bist. Hey, sag uns. Gib uns kurz eine Prediction ab. Wie geht's aus? Also, ich glaube an den 1-1. 1-1. X-1-1. Und dann werden wir eh sehen. Spannen. Ich glaube, dass uns Elfa schießen gehen kann. Und dann werden wir uns überraschen lassen. Ja, mutig, gell? Ich glaube auch ein X. Er ist relativ realistisch, würde ich mal sagen. Martin, danke für die Prediction. Ja, gerne. Guten Tag. Guten Tag. Jetzt hat mein Bernhard verloren. Was sagst du, Ami? Ja, nix. Was soll ich sagen? Bernhard! Was ist? Den werde ich, wenn ich den triff. Ja, du wirst damit sicher noch treffen. Ja, hoffentlich. Das stimmt ja noch nicht. Was sagst du zum Areal? Du bist ja zum ersten Mal in Klagen gefurriert. Ja, Klagen gefurriert. Ich finde Klärten und generell schön. Klärten und generell die Bundesländer. Das ist schon cool. Aber das Stadion ist das erste Mal da. Du warst schon mal da. Wie war es mit dir? Wann warst du da? Das letzte Mal war ich da. AC Milan gegen Real Madrid. Ja, genau. Gegen Real Madrid. Was hast du mitgenommen? Oh, schluck. Na, ist okay, ist okay. Na, es tut mir heute noch leid. Na, im Prinzip tut dir nicht leid. Du hast das Buß, das ich Real-Fan bin. Ja, warte, warte, ich muss. Und hast dich? Ich mache es live, weißt du nicht? Schau, wie klein der Ami auf einmal ist, oder? Ja, ich möchte mich da auch öffentlich entschuldigen. Öffentlich entschuldigen? Also die ganze Welt, ganze YouTube, jeder soll es wissen. Ami. Es tut mir so leid, dass ich dich nicht mitgenommen habe. AC Milan mit Reservemannschaft und Real Madrid mit Reservemannschaft. Ja, aber trotzdem wieder. Weil du hast gewusst, dass ich Real-Fan bin. Ja, das wurscht. Tut mir leid. Ich habe die Karte nicht alleine gebrochen, ich musste es schnell wissen. Ja, hast du nicht gewusst? Ja, wurscht. Das ist aber real, Milan. Wurscht. Rapid, nein, Sturm gegen Rapid. Darum geht es heute. Sturm gegen Rapid. Ja. Schaut schon von außen rein. Jetzt haben wir es. 15.30 Uhr, Einlass ist eh schon gewesen. Also jetzt können wir eigentlich dann langsam aber sicher reingehen, weil wir haben unsere Leute verloren. Ja. Ja, der Rapid Busch. Wie. Rapid. Rapid. Rapid Spieler fahren schon rein. Der Niki Hedl ist vorbereitet. Glaubst du? Sicher. Ja, der ist sicher, der ist ja nicht. Ja. Da haben wir eine lange Schlange. Wo war jetzt bei Mainless, oder? Na, ehrlich. Also jetzt können wir sagen, drin sind wir, aber nicht böse gemeint. Das ist ja Ehrgeist beim Lask. Das ist ja Ehrgeist beim Lask. Und Organisation. Krankenschlecht. Also da macht's was Gagenfurt, bitte. Unnötige Aggression auch da hat das Fall gewesen. Unnötig. Weil, völlig zu Recht, dass man den rauszuhlt hat, weil er einen Ordnerpost nicht angeht. Ja. Der war zu Recht rauszuhlt. Und dann zeigt den Finger auch noch. Das war alles gut. Alles komplett unnötig. War komplett richtig, wie's kann. Aber wie's reingeht, also... Also die Organisation fürs Reinlassen ist wirklich schlecht. Und das kann man so sagen. Aber... Wo ist das jetzt? Drin sind wir, haben wir gesagt. Und... Aber gutes Match. Ja, haben wir's schon. Gernhardt. Nichts, du fehlt noch. Ja, wirklich? Ja. Ich bin sicher. Ich bin 90 Minuten X. Ich bin sicher in der Verlängerung. Rapid. Jawohl. Kulinarischer heute. Mitten unter die Leute. Easy. Malze. Amir. Wir haben den Hot-Tog gerade... Die größte Fähigkeit ever. Wirklich? Nur am Nörgling, aber... Ja, nein. Er hat vollkommen recht. Ja. Ich möchte's aufklären. Wirklich ist ein Hot-Tog. Und das Würste ist, glaube ich, den Alpen-Hot-Tog drin gewesen. Das Brot war sicher bist. Da noch. Das war echt was. Und das Brot war komplett weich. Wahnsinn. 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 Wahnsinn, Amir, oder? Was sagst, Sascha? Nur hoch oben sind wir heute. Das ist 40 Minuten vor dem Spiel. 42. 42. Todtags bereit. Alles lauern? Ja, ist super. Die Stimmung ist jetzt schon Bombe, oder? Ich glaube, so die Kisten dann wirklich voll sind, oder? Es kocht, Mann, oder? Es kocht, oder? Es kocht. Das ist unglaublich heute. Wahnsinn. Geiles Wetter. Super Wetter. Alles passt. Die Stimmung. Das ist unglaublich heute. das ist angenehm, Scänz. Keiles Kammer, naja. Wahnsinn. Wahnsinn. Der ist kurz drin. Der ist kurz drin. Der ist kurz drin. Der ist kurz drin. Das ist der erste Punkt in Felixberg. 40 Minuten aus Busser-Waffel. Hat was Drogen, um es anzunehmen. Es gibt nichts geileres als Grafinal. Sturm-Rapid. Das ist ein Kaffee. 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 Wir sind ein Kaffee. Wir sind ein Kaffee. Der Sturm. Die einzigen, die mit denen mithalten können. Für wie viel Sturm? Wie viel Kapitfen zu bauen? Drei viel. 15-15. Wir haben die Gebüde, um zu retten. Bis ganz von vorne. Der Sturm ist von da weg. Bis da rüber ist eigentlich Sturm. Bis da ist Sturm, oder? Vorsicht. Wir haben nur 20 Minuten aus der Stimme gelegt. Es geht nicht mal gut. Die Stimme-Fans sind klar, das glaubst du nicht. Das ist ein Wahnsinn. Kapital. Das ist ein Pädagol-Biel. Yeah! Pädagol! 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 Hier ist der erste Banner schon aufgezogen. Oh, das Problem ist gar nicht voll, das Problem ist. Das ist der erste Banner schon. Ich glaube, wir haben jetzt auch die Banner. Die neue Auflage des letzten Jahres. Der einzigste, der im Rekoppedale, der da ging es. Das nächste für den nächsten Schürf. Das heißt, wir werden in den nächsten Schürf, bis die Nummer 15. Wir füllen Tag für den Nr. 10. Nummer 10 für die Schauspieler. Eine Einflussnahme. Wir haben den BG-Tonjahr. Wir haben den BG-Tonjahr. Wir haben den BG-Tonjahr. Wir haben den BG-Tonjahr, wir haben den BG-Tonjahr. Wir haben die G-Tonjahr. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Wahnsinn, die Anfangsphase. Du hörst gar nichts, was Tran singt. Nicht zuerst. Alles steht schon. Erfolg, Erfolg, Erfolg! Die erste Ecke. Wahnsinn, die Stimmung. Wahnsinn. Gut, gut. Fünf Minuten. Es kocht. Es kocht. Hat das kochen. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Auf! 29. Minute. Stimmung ist da. Spiel ist jetzt von der Qualität nicht so berauschend. Aber die Stimmung ist da. Und das geht's ja. Die Stimmung. 30 Jahre Ultras. Was? Siehst du das mit dem Leuchtenstück? Ah, ja, ja. Ein zweiter Leibschutz eigentlich. Er ist gut, dass er gut sieht sind. Es geht's gut, es geht's gut. Thief ist gut. Es geht's gut. Es geht's gut. Das war's. Der ist ein paar Jahre lang. Aber das war's. Der ist ein paar Jahre lang. Komm, komm. Jaaa! 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Okay! Jawoll! Ja! Die zucken ja aus! Nur ja gut oder? Zwei! Eins! Nur! Winter! Das ist so unnötig! Winter! 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 Jetzt hört's halt nix mehr, weil der jetzt eskaliert, man! Jetzt hört's da nichts mehr, es eskaliert! Es eskaliert jetzt nur, ey! Kapitinale! 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 Los drauf! High five! Was sagst, Halbzeitanalyse, ich warst für dich, da sehe ich auf, das Lichter ist Hast du eine Spinning schon mal erlebt? Nein, nein, so eine Art, weiß ich nicht. Geil, Hauptfinale, oder? Ja, wirklich geil, ja. Wahnsinn, das sehen wir in der zweiten Halbzeit noch. Weil du hast dich gestippt, ich weiß, aber glaubst du? Noch fünf Tore, 3-3. 3-3, sehr geil. Und dann ein Rapid in der Verlängerung. Ja, aber so auch, jetzt passt das. Was sagst du, wie war das für dich? Ja, voll geil, oder? Die Stimmung? Ja, es stimmt auch. Bombay, ja. Obwohl, ich glaub, Stamm Graz ist noch mehr, ich hab von den Fans ein bisschen mehr. Keine Ahnung, was da los ist, weil ausverkauft was Rückzug eigentlich liegt. Ja, da hat's irgendwas zu komisch. Na ja, auf jeden Fall, die Stimmung ist gut, packen wir. Ich hoffe, es geht in der zweiten Halbzeit so weiter. Und wünsche uns viele Tore auf der Rapidseite natürlich. Ja, jetzt wird die Raktseite halt zu weit weg. Vor ihm kommt das jetzt. Aber was war ein bisschen da? Wir sind die 42-50-Jährigen. Jetzt sind die 220-Jährigen, die 2.5. 2-100-Jährigen, das sind die Old Mohr, jetzt. Bestes stripstern, das ist das ist das. Und jetzt, das ist, das ist das Lohr, jetzt. Vielen Dank. 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 Ausverkauft. Ausverkauft. Man sieht's ja richtig, oder? Ausverkauft. Ausverkauft. Nein, wenn's da war, wenn's da war, korrigiert, oder? Wenn's jetzt wirklich hinz war, weil's ist alle reklamiert. Ausverkauft. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Vielen Dank. Vielen Dank. Scheinbar, oder? Passt nicht. Ich habe ihn überprüft, aber nicht derjenige, die ich überprüft habe. Ich habe ihn überprüft. 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 Ich habe ihn überprüft.